Hallo, mein Name ist Daniel Büther. Ich bin bei der Firma KRONE im Produktmarketing tätig und möchte euch heute mal zeigen, warum der Feldhechsler BGX von KRONE besseres Futter macht. Hexel-Qualität fängt am Vorsatz an. Mit dem KRONE Easy Collect werden die Pflanzen geradlinig zur Mitte gefördert und dann in Längsrichtung dem Einzugsaggregat, den Vorpressweizen, zugeführt. Diese Vorarbeit bildet die Basis für eine perfekte Schnittqualität an der Hexeltrommel. Wenn das Futter vom Vorsatz an das Einzugsaggregat übergeben wird, sorgen sechs Vorpressweizen für eine hohe Verdichtung des Erntegutes. Diese hoch komprimierte Futtermatte wird dann an der Hexeltrommel präzise geschnitten. Herzstück vom KRONE Gutfluss ist die Hexeltrommel MEXFLOW. Diese Hexeltrommel zeichnet sich dadurch aus, dass sie 11 Grad angewinkelte Messer zur Gegenschneider hat. Mit diesen 11 Grad angewinkelten Messern können wir einen präzisen Schnitt garantieren und somit für beste Hexelqualität sorgen. In der Praxis werden heute unterschiedliche Fütterungsstrategien angewandt. Kurzschnitt oder Langschnitt. Wichtig ist, dass die richtige Schnittlänge an die Fütterungsstrategie und auch den TS-Gehalt angepasst wird. Mit dem KRONE VARI-LOK ist es möglich, den Schnittlängenbereich des Feldhäckslers um bis zu 53 Prozent zu vergrößern. Somit steht zum Beispiel bei einer 28er Häxeltrommel ein Schnittlängenbereich von 4 bis 30 Millimeter zur Verfügung. Mit dieser Technik können ganz flexibel am Tag der Silagebereitungen die richtigen Schnittlängen für den Einsatz gewählt werden. Nachdem das Erntegut präzise geschnitten worden ist, folgt der nächste Bearbeitungsschritt. Die Kornaufbereitung und Zerfaserung des Erntegutes übernimmt der Kornconditioner. Bei KRONE gibt es zwei unterschiedliche Bauformen. Einmal den Weizenconditioner und den Scheibenconditioner. Fangen wir mit dem Weizenconditioner an. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Weizen einen Durchmesser von 250 Millimeter haben. Zwei Weizen zueinander haben somit einen großen Eingriff und können eine große Reibfläche erzeugen. Mit bis zu 40 Prozent Drehzahl-Differenz erhöhen wir noch mal die Reibwirkung und können somit das Material intensiv aufbereiten. Der absolute Allrounder für jeden Schnittlängenbereich ist der Scheibenconditioner. Dieser Scheibenconditioner zeichnet sich dadurch aus, dass er im Vergleich zum Walzenconditioner zweieinhalb mal so viel Aufbereitungsfläche erzeugen kann und somit eine intensive Aufbereitung des Erntegutes, der Körneraufbereitung und Zerfaserung in allen Schnittlängenbereichen erzeugt. Wie wir gesehen haben, ist der Gutfluss im KRONE Big X mit vielen innovativen Features ausgestattet, die beste Hexequalität garantiert. Diese Top Hexequalität ist die Basis für besseres Futter. auch die Basis für besseres Futter. mit dem